Untertitelung des ZDF, 2020 Die Aufnahmen im Saal in der Galerie sind wieder recht schwach geworden, das Licht ist zu schlecht dort, die Tonwerte stimmen nicht und der Glanz von den Ölfarben verschluckt alle Details. Freilich, den anderen Fotografen gelingen die Innenaufnahmen genauso wenig, aber im Sonnenlicht, unter freiem Himmel, werden die Kontraste hervorragend. Seit über einem Jahr fotografieren wir jetzt schon die alten Meister vom Belvedere. Das Freilichtatelier habe ich selber entworfen. Das spielt alle Stückeln. Trotzdem muss ich bei jedem Gemälde frisch wiederum schauen, ob die Farbfilter und das Licht stimmen und ob die Emulsion auf der Glasplatte alle Töne aus dem Bild rausholen kann. Es sind schon viele gute Fotografien dabei. Die können wir für den Druck von dem Direktor Engert zu einem Sammlungskatalog vom Kunsthistorischen Museum verwenden. Aber fix, wenn man doch gleich richtige farbige Bilder herstellen könnte beim Fotografieren und nicht nur schwarz-weiße. Vielleicht gelingt mir das ja irgendwann. Ich werde einfach weiter probieren und auf jeden Fall mein Atelier ausbauen. Stillstand ist Rückschritt, sage ich immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017